Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur neuen Tiersendung in Objektiv, dem Objektier. Mein Name ist Dr. Herr Scholz. Ich bin ein bornierter Zoologe, promovierter Ornithologe. Sie kennen mich aus Kindersendungen wie Lutsch nicht an dem Wurm und das Braune sind keine Murmeln. Ich möchte Ihnen heute ein ganz besonderes Tier vorstellen, den bunt gefiederten Röhrentrötling. Wie Sie sich bei dem Namen natürlich denken können, handelt es sich bei dem Tier natürlich um einen Vogel. Die leuchtend grauen Exemplare können in ihrer Heimat, der grünländischen Steppe, auch mal Tiere wie Elefanten reißen, gelten hier in Deutschland jedoch eher als scheu. Doch sie sind vom Aussterben bedroht. Doch woran liegt das? Auch wenn manche Trödlingsarten die Tiefseekräben der Meere besiedeln, wie hier der genetisch verwandte buntschuppige Wassertrötling, sind die meisten Exemplare an Land zu finden. Trotz ihrer Größe von bis zu zwei Metern sind die Trötlinge, die zu der Familie der Krechtströten zählen, nur sehr schwer zu finden. Auch die monatelange Suche unseres Kamerateams blieb vergeblich. Deswegen müssen wir leider auf Archivmaterial zurückgreifen. Der bunt gefiederte Röhrentrötling ist ein reiner Aasfresser. Das macht es ihm besonders leicht, weil er auch lebendige Tiere einfach als Aas ansieht. Und es reißt. Der bunt gefiederte Röhrentrötling hat sich über die Jahrmillionen zu einem Meister der Optimierung entwickelt. So legte er die ehemals auffälligen Farben seiner Federn zu einem grellen Grau zusammen und spart dadurch Energie für das tägliche Überleben im pfälzischen Busch. Auch der Gesang des Trötlings, hier exemplarisch das melodiöse Morgenlied eines Männchen, entstand auf gleiche Weise. Der mehrstimmige und harmonische Gesang wurde durch Zusammenlegen aller Noten zu einer einzigen optimiert und so in der Länge gestrafft. Der ehemals minutenlange Morgengesang ist nach kaum einer Sekunde beendet. Neben dem von Würmern und anderen Parasiten verseuchten Pfälzer Ödland ist das leider auch der Grund für das drohende Aussterben dieses possierlichen Nagers. Denn wie sich herausstellt, die Weibchen des Röhrentrötlings verabscheuen den optimierten Liebesgesang und lehnen graues Gefieder generell ab. So bleibt der Paarungsakt aus. Auch unsere Suche nach einem bunt gefiederten Röhrentrötling war trotz aller Bemühungen erfolglos. Das Aussterben auch dieser Art zeigt einmal mehr die harte Seite der Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der nächsten Folge von Objekt hier der schillernde Gusssteinblöckling, eine Augenweide für alle Naturfreunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020